Wenn ich mit etwas bei einer neuen Serie mal liebend gerne anfange, dann ist das das Serum. Bei Serum muss ich jetzt immer an dich denken. Es gibt ja so Dinge, da würde ich gerne Badewannen voll zu Hause haben und einfach morgens nur so trinken, damit es noch schneller geht mit der Pflege. Bei Seren, das ist so mein Empfinden, spüre ich immer sofort, welche Konzentration und welche Leistungsfähigkeit hat diese ganze Marke. Weil die Seren einfach sehr hoch und sehr schön konzentriert sind, damit man schnell auch ein Ergebnis hat. Wir haben jetzt hier unser Blessing of Sprout Enriched Serum, das sind 30 Milliliter. Das ist tatsächlich ein Serum, das ist mehr als nur eine in Anführungsstrichen Flüssigkeit. Das steckt schon von der ganzen Tonalität her ein bisschen mehr Ergiebigkeit und vor allem auch ein bisschen mehr Reichhaltigkeit hinter. Du siehst es auch, wenn du es jetzt aus der Pipette auftropfst, es reichen da wenige Tropfen und das hat so eine milchige Farbe. Also du siehst richtig, das hat fast schon ein bisschen was Cremiges zu sich. Das ist wirklich diese Konzentriertheit der Inhaltsstoffe. Auch hier haben wir wieder die Lotusblüte in ihrer vollen Schönheit. Dann die Sprossen, die vier verschiedenen Sprossen, die die Vitalität schenken, den Glow schenken. Und als kleine Besonderheit, das ist nur in Serum und Creme enthalten, Tigergras. Das hat man entdeckt, bengalische Tiger, wenn die verwundet sind, die wälzen sich eben in diesem Tigergras. Und das heilt dann quasi deren kleine Verletzungen. Also da haben wir auch wieder wie so ein Schutzschild, wie so einen kleinen Bodyguard für die Haut. Schon im Serum und in der Creme ebenso. So welche Haut ruft jetzt ganz besonders nach dieser neuen? Die sensible Haut, die hat sofort hier geschrien. Die sieht auch schon, das sieht aus wie so ein flauschiges Kissen. Wie so ein federgefülltes Kissen. Also die sensible Haut, die soll auf jeden Fall hier schreien, weil sie werden das wunderbar vertragen und können es auch eben kombinieren. Dann, Sie sehen schon das Glastiegelchen. Alle, die sagen, mir ist Natürlichkeit wichtig, mir ist Umweltbewusstsein wichtig, mir ist Nachhaltigkeit wichtig. Die greifen bitte auch zu, weil da haben sie wirklich ein reines Gewissen und gönnen ihrer Haut nur das Natürlichste und Beste. Ich kann Ihnen sagen, mit diesem Serum würde ich an Ihrer Stelle definitiv starten. Wir sind auch nur noch mit begrenzten Stückzahlen jetzt für Sie mit unserem Bestand leider vorrätig. Und Sie dürfen tröpfchenweise mit dem Serum arbeiten. Bitte immer auf die gut gereinigte Haut, gerne die tonisierte Haut. Das würden wir auch empfehlen. Also ich bin da auch echt ein Fan von, mit dem Toner nochmal die Haut so Lupen reinzumachen und auch wunderbar zu erfrischen. Und vorzubereiten, dass jedes Tröpfchen bei Ihnen auch den richtigen Anklang findet. Das Ganze mit der 284 405 heute zu bestellen. Noch einmal Hygiene bedeutet... Ein Herz so rein und so schön wie der Himmel. Ist das nicht schön? Das hört sich traumhaft an. Und für 24,95 gibt es dieses Besondere und dieses neue Serum heute hier eben bei uns. Ich bin immer ganz stolz und dankbar auf diese kleinen Marken, die wir international finden. Und zu Ihnen hier über die Beauty Night nach Hause schicken können. Weil ich meine, wer bekommt sonst so eine besondere Auswahl? Und tatsächlich, wir sind in Deutschland da jetzt auch die Ersten, die es anbieten dürfen. So, es gibt viele Marken, wo wir die Ersten sind. So, es gibt viele Marken, wo wir die Ersten sind.